Wir sind heute hier, weil sich morgen quasi in Anführungsstrichen führende Extremismus-Theoretikerinnen treffen wollen, inklusive dem neuen Chef des Bundesverfassungsschutzes, um über die steigende Gefahr zu sprechen. Die steigende Gefahr sind übrigens wir und ihr und ihr alle. Also über diese steigende Gefahr voll für kapitalistische Großunternehmen wie RWE, BASF, die Telekom und so weiter. Eingeladen hat die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, ASW, zusammen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Beim Verfassungsschutz muss man ja eigentlich gar nicht mehr viel sagen, aber was ist eigentlich dieser ASW? Sehr ganz interessant, also es ist eine Interessensvertretung von deutschen Großunternehmen und laut Website ist sie mit allen wichtigen Organisationen der nachrichtendienstlichen und polizeilichen Gemeinschaft und anderen Sicherheitsbehörden dauerhaft zusammen und arbeitet mit denen. Denn frühzeitiges Wissen bedeutet nachhaltige Sicherheit. Also, das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitet also zusammen mit Großkonzernen, um die zu schützen, wahrscheinlich finanziert von Steuergeldern. Auch diese Lobbygruppe vom ASW ist klar besetzt. Also der aktuelle Vorstandsvorsitzende, Volker Wagner zum Beispiel, arbeitet jetzt für die BASF, das ist ein Chemiekonzern, der zum Beispiel Klimawandelleugnerinnen und Klimawandelleugner in den USA finanziert. Die Bundesvertretung der ASW findet man übrigens direkt in der neuen Schönhauser Straße 20, gar nicht so weit weg von hier. Wir werden da heute nicht vorbeigehen, aber falls ihr mal was anderes einen Besuch machen wollt. Das Highlight ist der Vortrag des Leiters für Konzernsicherheit, Stefan Engelbrecht, beim RLW zum Thema Unternehmen als Ziele linksextremistischer Agitation. Ob er auch darüber sprechen wird, wie RWE im Hambi für seine kapitalistische Wertschöpfung rodet oder wie RWE seine privaten Schläger-Trupps gegen Aktivistinnen ins Feld schickt? Vermutlich nicht. Direkt danach spricht der CO, Christiane Schulz, für Weber Sandvik, einem der größten Public Relations Konzerne der Welt. Zum Thema, wenn Extremisten über mein Unternehmen sprechen. Kommunikationsstrategien. Weber Sandvik arbeitete unter anderem für Nestle, die Deutsche Telekom, Honeywell, das ist eine Rüstung- und Luftfahrtorganisation, und Lights of London, eine Versicherungsbörse. Weber Sandvik sitzt ebenfalls im Prenzlauer Berg in der Schönhauser Allee, 37 in der Kulturbrauerei. Vielleicht kann RWE seinen massiven Imageschaden ja mit Schulz Hilfe abwenden. Wir wünschen es Ihnen aber nicht. Vielen Dank.